Besser auf neue Kunden konzentrieren oder bestehende reaktivieren. Herzlich willkommen Leute, es ist Tag 51 unseres 90 Tage Game Plans. Es ist Marketing Tag und heute eine wichtige taktische Entscheidung jetzt. Aktiviert man irgendwie bestehende Kunden nochmal, das ist natürlich deutlich günstiger. Man hat diese Kunden ja bereits, man hat schon eine gewisse Beziehung aufgebaut. Oder gibt man lieber ein bisschen mehr aus, versucht irgendwie neue Kunden zu bekommen, zu akquirieren. Ist ein bisschen long game wahrscheinlich, aber hat dafür natürlich komplett neue Möglichkeiten. Das Ganze ist nicht so eine einfache Entscheidung und auch wie wir in die 90 Tage hineingegangen sind, habe ich es relativ klar gemacht, dass wir uns eher darauf fokussieren, neue Kunden, neue Produkte, nicht so sehr auf den alten uns irgendwie ein bisschen ausruhen und irgendwie schauen, dass wir neue Dinge bekommen. Und jetzt passiert immer etwas ganz Interessantes und das merke ich natürlich auch, dass viele der bestehenden Kunden sich damit natürlich sehr schwer tun. Gutes Beispiel, damals auch, das ist natürlich schon jetzt fast 20 Jahre her, Paypal, die sind hergegangen, haben gesagt, hey, dieses reine Versenden von Geld ist nicht so interessant, es geht eher mehr um Zahlen. Damals war natürlich dann das ganze Ebay-Thema und hat natürlich mit diesem Ebay-Thema dann diese versendenden Kunden so ein bisschen verunsichert. Und das ist immer was ganz Normales. In Krypto gibt es das auch immer wieder, Ledger zum Beispiel, war zuerst rein diese Hardware-Sticks, ist dann von dort weg und hat gesagt, diese Hardware-Sticks kannst du auch backuppen online. Und hat natürlich ein riesengroßer Aufschrei. Und ich merke das auch bei uns dann natürlich mit vielen der bestehenden Kunden, die sagen, hey, ich bin seit Jahren bei euch und jetzt fangt ihr irgendwie an, fokussiert euch auf ganz andere Dinge, fokussiert euch nicht mehr auf die Dinge, die für mich wichtig sind, sondern jetzt sind diese neuen Dinge interessant. Das verstehe ich alles, aber es ist immer ganz, ganz, ganz entscheidend, dass du das als Unternehmer für dich einfach siehst, erkennst und sagst, okay, was ist jetzt wichtiger? Ist wichtiger für dich, und es geht immer um das Unternehmen am Ende, das ist ja kein Hobby, du musst es irgendwie nach vorne bringen, geht es darum, dass du dich irgendwie um bestehende Sachen kümmerst oder schaust du, dass du irgendwie die neuen Sachen ein bisschen aufbaust. Und es ist natürlich wichtig im Marketing, dass hier die Kommunikation, der Fokus natürlich auch ein bisschen in eine Richtung geht und dass du hier natürlich auch die Erwartungshaltung hast, dass bestehende Kunden, die seit Jahren irgendwie etwas nutzen, vielleicht nicht ganz so happy sind mit neuen Dingen, weil die sagen, hey, mich interessiert aber eher das andere. Am Ende muss das aber die Business-Entscheidung sein, die hier das Marketing natürlich in eine Direktive leitet. Und der ganz wichtige Punkt darin wird dann natürlich sein, und da wird es in einer Woche bei einem Marketing-Update genau darum gehen, was ist für mich so eine der besten Short-Term-Strategien, was Marketing angeht. Und dann in zwei Wochen reden wir drüber, was ist für mich so die beste Long-Term-Strategie, was Marketing so ein bisschen angeht. Also das wird so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema da sein. Also da schau auf jeden Fall, dass du den Kanal abonnierst, dann halte ich dich da so ein bisschen am Laufenden. Ist auf jeden Fall mega wichtig zum Reflektieren für dich im eigenen Unternehmen, bestehende Kunden, neue Kunden, so ein wichtiger Gedankengang. Es gibt kein Richtig und kein Falsch, ist mir total klar. Aber am Ende muss das eine Entscheidung sein. Du kannst nämlich versuchen, beide zu haben gleichzeitig. Das wird es sehr, sehr schwer machen. Und wie gesagt, über Strategien, wie man das angeht, reden wir dann in einer Woche und dann nochmal in zwei Wochen. Falls du nichts verpassen willst, Kanal abonnieren, Glöckchen klicken, bist du auch wieder mit dabei. Mach's gut, dein Julian. Tschüss.